Das Schicksal hat's vollbracht, der Teufel ist endlich wieder da Um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren, wir werden endlich alle krepplieren 666, wie wunderbar, dass auch viele leiden, schreien und weinen Denn sie wollen ihr wertloses Leben behalten und können sowieso nichts erreichen Das hier geht an all die Standard-Rapper, wenn ihr mir zuviel scheiße labert Komm ich auch mit den Zungen ausreißer, dann war's los mit den Standard-Lights-Ballart Oder ich binde dich an das Rad, dann wird Feuer erwacht Und nach jeder Ausdrehung kriegst du auch von euren Brandenbunden ab Der Grund, weil es mir Spaß macht, und falls ich euch länger leiden lasse Wenn und euer letztliches Leben öffentlich stellen möchte, werde ich euch in den Käfig sperren Dann werdet ihr langsam aber sicher kreppieren Ganz der Mitteleiterliche Inquisitor im Ziel, um euch zu feutern und zu töten Willst du während des Tracks Platz nehmen? Kein Problem Setz dich auf den Juderstuhl, der sind Stacheln versehen Die dich langsam aber sicher umbringen, wenn du immer noch nicht aufgeben willst Werde ich deine Gliedmaßen brechen Was mit der Leiter war eine echt harte Zeit 2ha und Söhne wo und so schweige 것을 solltes auch seim Wenn ich entscheiden dürfte, weggeht und verbleib Während viele zum Sternen verurteilt Kas mit der Leiter war eine echt harte Zeit 2ha und Söhne wo und so schweigecount So solltes auch sein Wenn ich entscheiden dürfte, weggeht und verbleib Während viele zum Sternen verurteilt Der spanische Esel erwartet dich, setz dich auf den dreigigen Holzbeig, mit welcher anderen Beine, wenn Gewicht dran geöffnet und dich in zwei Stücke zu reißen. Oder ich setze dich, Barst, auf die Judas wie Gemahnt, dein Arsch wird durchbaut von einem Hölzern im Fall. Dass du leidest, ist mir komplett egal, und wenn ich Bock hab, dich denke, alleine zu lassen, wirst du in die eiserne Jungfrau verfrachtet. Schließlich beide Türen werden keine wichtigen Lebensorgane verletzt, sondern du Forze wirst leiten. Und ich werde dich erst nach drei Stunden freilassen, wer ist dabei, das nächste Opfer zu vierteilen? An Arme und Weide, Seile festbinden und Pferde die Arbeit machen zu lassen, wie die Geschwistern, wie die Inquisitoren! Das mit der Leiterwalle. Echt hatte Zeit, Huren, Söhne wurden zu schreien, gebracht, so sollte es auch sein. Wenn ich entscheiden dürfte, wer geht's und wer bleibt, während viele zum Stimmen verurteilt. Das mit der Leiterwalle war ne echt harte Zeit, Huren, Söhne wurden zu freigebracht, so sollte es auch sein. Wenn ich entscheiden dürfte, wer geht und wer bleibt, während viele zum Stimmen verurteilt. Das Schicksal hat's vollbracht, der Teufel ist endlich wieder da, um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren. Wir werden endlich alle kreppieren. 6666. Wie wunderbar, dass so viele leiden, schreien und weinen, denn sie wollen ihr wertloses Leben behalten und können sowieso nichts erreichen. die Anzahl. Vielen Dank.